Hallo Leute, 1.9, Friorys, NPCs, yay, juhu, testificate, seh noch ein bisschen merkwürdig aus, aber, äh, bisschen ist gut. Tadios Mönche. So, in den Häusern laufen die auch rum. Aber, wenn du denen die Tür öffnest, dann wollen die sofort raus. Das heißt, die versuchen sofort rauszulaufen aus den Häusern, warum auch immer. Riesiger Ozean, ist ja nicht bei 1.99, sondern schon von 1.8. Angeblich neue Mobs, habe ich noch keine gefunden. Und ich würde sagen, wir gehen hier, jetzt mal in den Neser, da soll nämlich auch was Neues sein. Mal gucken. Feuerzeug, Feuerzeug, Feuerzeug. Gehen wir mal. Portal. Ja, wie war es? Ich habe es drauf. Ähm, so. Leider. Oh, leider. Leider. Ja. Leider. hallo angeblich auch neuer dann neue blöcke die im creative mode hier schon drin sind netabrick und netabrick zäune zeige ich mal habe ich mir selber gar nicht angeguckt kann man keine fackeln aufbauen angeblich sollen hier auch zwei neue mobarten sein im liter mal schauen vielleicht finden wir da was zufällig hallo aber vielleicht kommen die auch erst mit 1 10 wie auch immer ich möchte den leuten noch nur was zeigen also sieht nicht so aus als ob das jetzt schon da wäre aber vielleicht ist sie auch zufällig nun gar nichts neue mobs zwei stücke gebieter angeblich vielleicht auch erst mit 1 10 wie gesagt wie auch immer sie das nennen wollen warum leckt das denn jetzt so finde ich nicht gut hallo pick man ich hätte gerne so einen großen lara sehen da soll es dann auch brücken geben nachladen aber wer weiß vielleicht ist das auch selten oder es gibt es noch nicht gravel gibt es zumindest im neta oder gravel oder keys oder gröll oder schutt oder whatever komm ich würde jetzt hier gerne was finden wenn es schon was gibt ich will es doch nur zeigen sei mir gnädig neta die jetzt gerne musik habe ich die musik an oder aus aus ich hoffe es ist nicht zu laut wenn jemand was kommt sie Sieht geil, relativ schlecht aus. Ja, komm. Lern zielen. Dann würde ich sagen, wechseln wir einmal kurz die Welt. Da habe ich noch was anderes vorbereitet. Einen Moment. Und die hier. Schnee. Ja, juhu, es gibt wieder Schneemaps. Schneebiome. Und zwar hier gleich einen richtig, richtig riesigen. Wer den Seat haben will, bitte schön einmal Pause abschreiben. Viel Spaß damit. Richtig riesig. Schneemänner habe ich noch nicht gesehen. Soll es auch geben. Vielleicht aber auch erst später. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe zumindest keine gefunden. Ich habe nur ein bisschen einen auf Superman gemacht und Viecher getötet. Voll Superman-like. Eben. So, irgendwo hatte ich auch ein Sumpf-Biom. nur leider weiß ich nicht mehr, wo es war, weil das Schneebiom einfach viel zu groß ist und ich mich verlaufen habe, beziehungsweise verflogen. Da hat sich nämlich auch einiges getan an den Sumpf-Biom. Mal sehen, vielleicht finden wir noch was. Ich fliege hier einmal kurz noch eine Runde, sonst erstelle ich noch ein paar neue Welten und dann gucken, ob ich was finde. So, ich habe hier mal eine neue Welt gestartet, bin auf dieser kleinen, einsamen Insel eben gespawrt. Und wo ist jetzt Festland? Festland. Ich fliege bestimmt einfach genau in die falsche Richtung. Man muss jetzt hier über den ganzen Ozean fliegen, aber... Pfff. Machen wir jetzt gemeinsam. Selber schuld. Wenn ihr erst guckt, wollt ihr ja was sehen und dann müsst ihr auch mitleiden. Oder ihr spürt vor. Also, Ozeane, ne? Riesig. Was ist das? Die waren, glaube ich, aus Höhlen, oder? Nicht unter Wasser, Creeper. Ach komm. Festland. Also, es gibt gigantische... Ozean. Hier oben. Schön zu wissen, aber... Jetzt... Was? Ich will doch jetzt nur... Den Dschungel, den Mo... Äh, Sumpf zeigen. Sumpf erscheine. Kann doch nicht sein. Oh, jetzt geht's hoch. Land. Nein. Land. Da. Seht ihr, Gras. Ist ganz neu. Warum? Lava. Schön, dass es überhaupt nicht leckt, weil ich hier die ganze Zeit einfach weiterfliege und dann mit dem Laden überhaupt nicht mehr herkommt. Mit dem Generieren. Das kann doch wohl nicht sein. Das ist nicht ernsthaft hier. Ich kann hier jetzt noch nicht eine halbe Stunde durch den Ozean fliegen. Okay, wir sehen uns gleich. Oder nee, ich herstelle jetzt mit euch zusammen eine neue. Hier, los. Und, delete. Ja. Neue Welt. Credit Welt. Und los geht's. Ich möchte jetzt einen Sumpf haben. Gib mir einen Sumpf. Sumpf. Yay. Seht ihr? Brackwasser. Und auf diesem Brackwasser hier schön. Blätter. Seehosenblätter oder so. Kann man die abbauen? Schere oder so. Schere, 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 Schere. Wo gibt's die Schere? Bin ich blind oder ist die hier nicht drin? Ich erwarte, dass ich zu blind bin, aber... Schere. Schere. Schere? Schere. Schere. Wo bist du? Zeig dich. es gibt hier übrigens noch neue sachen place spot oder so gast trainer was auch immer ist einzig hier noch was anderes und namen was auch immer das darstellen soll also wo ist die schere schade also so jetzt nicht diesen berg die bäume schön dunkler das wasser ist schön dunkler das gras ist schön dunkler richtig schön bisschen mehr sumpfig nicht gut gefällt mir nur die übergänge im wasser sind ein bisschen problem realistisch ein bisschen leben so ist hier noch etwas schönes oder war es das mit 19 ich weiß nicht was ich noch was es noch zu zeigen gibt weil ich nicht weiß was neu ist weil ich nicht weiß wie sie das aufgeteilt haben was in 19 kommt was in 110 kommt was erst beim release kommt keine ahnung ich fliege jetzt mal beim sumpf in der hoffnung eine ruine zu finden stronghold zu finden aber ich glaube nicht aber ich glaube nicht aber ich glaube nicht ein pilz biome sollen jetzt pilzkühe sein oder vielleicht auch erst später wie auch immer sollen kommen den pilz biome habe ich noch gar nicht gezeigt habe ich auch ehrlich gesagt noch keine einzige gefunden ich muss aber auch zugeben ich habe nicht danach gesucht weil ich die pilze relativ hässlich finde das ist zwar eine coole idee aber in der minecraft pixel grafik ist ziemlich nicht gut sieht nicht schön aus ganz schön groß muss man zu geben Die NPCs machen noch nichts, ich hatte dir ja vorhin schon gezeigt, man kann nicht schlagen, da passiert aber nichts, sie greifen auch gar nicht zurück an, also im Moment sind die einfach nur drin und machen auch nichts, laufen nur rum, und ich fliege nur rum, ich möchte gerne mal so ein Stronghold finden, habe ich noch nie gefunden, Zweite Schlucht 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 Ich hätte jetzt gerne noch die Schneemänner gezeigt, aber wer weiß, ob die überhaupt drin sind mammals Desu Right Endermen Hey, ein Riesenberg mit einem Baum drauf. Ein fliegendes Dreieck. Werde zum Dreieck. Juhu, ein Wald. Schon mit 1,8 neugekommenden riesigen Wäldern wahrscheinlich. Habe ich auch nochmal die Hoffnung auf einen Stronghold. Hat überhaupt schon jemand so ein Ding gefunden? Also wenn ihr so ein Ding gefunden habt, schreibt mal bitte drunter. Ich glaube nämlich langsam, die gibt es gar nicht. Ich habe jetzt auch nicht im Internet nach Videos oder so gesucht. Aber ich habe noch keins gefunden. Die sind relativ selten, würde ich mal sagen. Ich lade nach. Na gut, ich würde sagen, ich lande hier mal auf dem Baum. Dann machen wir erstmal Schluss für 1,9. Wenn ich noch irgendwas finde, was in 1,9 neu ist, nehme ich nochmal kurz auf. Ich zeige euch das. Aber erstmal, tschüss. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.